Ich dachte, ich zeige euch hier mal mit einem Video, was für ein Problem ich meine, mit Amazon zu haben. Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, dass das richtig ist oder helfen, wie ich da weiterkomme. Ich suche hier nach Stammbuch. Jetzt ist erstmal schon mal das Schöne, dass hier weder auf der ersten Seite noch auf der zweiten, noch auf der dritten, vierten, fünften, sechsten, irgendwo, nirgendwo taucht eins unserer 16 Stammbücher auf. Was leise Hoffnung gibt, ist, dass hier unsere Marke steht. Klicke ich die jetzt aber an. Wie ihr seht, kein Treffer. Das hier ist zwar ein Stammbuch von uns, aber das ist ja gesponsert. Also keins unserer 16 Stammbücher ist hier bei Amazon zu finden mit dem Suchbegriff Stammbuch und vor allen Dingen auch nicht mit der Einschränkung auf die Marke Glück und Segen. Amazon sagt, das sei richtig so. So. GIS